so guten morgen ja eigentlich könnte es ein schöner tag werden heute ein bisschen wolken um da hinten ist blau auf der seite ist eher ein bisschen der nebel noch jetzt denken wir einfach mal dass das verzieht machen wir jetzt mal frühstück teechen eier und speck haben wir noch und dann geht es los zu unserer wanderung die nacht hat es geregnet es war trotzdem muckelig die schlafsäcke sind einfach burner also beide jetzt ja hinten haben unser auto geparkt hier geht es zum rio maria sete das ist unser hike heute machen so ein schönes flüsschen entlang soll wunderschön sein eines der romantischsten hikes in analusien haben wir gelesen das ist ja auch nett da hinten im aquarium im sommer bestimmt und eine molino wieder eine mühle wir uns verfolgen die mühlen irgendwie das ist schon sehr lustig okay da geht es anscheinend den graureiher hätte ich jetzt gerne gefilmt daran naja vielleicht sehen wir ja noch was wir sind zum eingang so sind wir angekommen was sagt er zwei stunden eine richtung fünf kilometer hier es kommen sogar ein paar sehenswürdigkeiten zwischen der reine und hier unten was wir gerade schon fotografiert haben ist eine kleine fischerei wo es lecker fischen kann also eigentlich von piskyfaktoria zu piskyfaktoria ja wenn man es mal einfach ausdrückt inzwischen drinnen kommen vielleicht ein paar kleine piskyfaktoria ja gut hier geht es runter dann seid ihr bei den ersten metern dabei dadurch dass es gestern geregnet hat und vorgestern kann das natürlich heute schon eine sehr schlammige Angelegenheit werden voll schön die sonne scheint so ein paar mal durch das hat schon was ja es haben wir jetzt 10 uhr ich glaube so 11 herum 11 uhr drei schauen wir mal wie lange wir brauchen ich rechne ja mal mit fünf stunden weil wir ja immer ein bisschen schauen und so weiter das ist hier fette feige fette feige und dann nochmal eine fette feige also feigen sind hier unten schon echt viele und was mich sowieso ein bisschen wundert ist warum die flüsse die flüsse immer so milchig sind ich meine vier kilometer weiter ist die pfelle komisch es gibt weniger milchig jetzt ja 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 es ist echt dschungelig hier generell läufst du hier durch so Höhlen wie es manchmal ist es auch hier vor uns bei dir so ein bisschen weg alles voll Klee alles voll Klee ja und gefällt mir voll gut bis jetzt jetzt ist der Flusslauf ein bisschen gemauert da zeig ich mir noch dass ich mir kaum vorstellen kann dass hier irgendwie frische gezüchtet werden können weil es Flass und Wasser genügend ist und hier Regenbogenforelle und die Goldforelle so bis zu 60 cm groß und 8 kg schwer werden die das sind Oschis und das hier drinnen ich bin begeistert mit rot r j j j j j Musik ins Wasser da hat es aber schon eine andere Farbe, aber ist jetzt gar nicht ein Zufluss und es war bloß ein Zufluss und hier ist eigentlich der richtige Fluss da haben wir aber schon wenig Wasser gehabt aber, wie man sehe, das Wasser wird klarer und wir sind anscheinend schon zwei Kilometer gelaufen gut, auf geht's für die nächsten drei Musik 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 Das ist ein schöner Platz hier die Felsen Oh, hier kann man sogar reinspringen im Sommer also hier hätte ich ja Bock drauf Wir haben festgestellt, warum das jetzt hier der romantischste Weg ist an der Lusin weil es hier immer so kleine schöne Bumpfbuchten gibt mit Aussichten, allem drum und dran Wassergeplätscher, abgeschottet von außen 1a also laut diesem Schild haben wir jetzt die Hälfte vorhin hatten wir zwei vorhin hatten wir zwei vorhin waren es zwei Kilometer aber das habe ich mir damals schon gedacht ja mal schauen was uns als nächstes erwartet da vorne steht der Manche mal schauen wieviel es da sind also laut dem hier sind es wirklich die Hälfte gewesen Sandero geht anscheinend da oben lang hier ist ein Tor wo aber auch schon lange keiner mehr durchgegangen ist oder sagen wir mal durchgegangen vielleicht schon aber nicht durchgefahren 2,3 Kilometer auf geht's 0 0 0 0 0 0 0 0 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ach du Scheiße. Da sind schon wieder Treppen nach oben. Na ja, wir müssen die 250 Höhenmeter herkommen. Und wieder mal eine Brücke. Und die Fische haben bis jetzt noch keine einzigen gesehen. Aber nein. Wow. Das ist auch so wieder noch klar. Das ist auch so wieder. Das ist auch so wieder. Das ist auch so wieder. So, das ist jetzt eigentlich schon 20 Minuten unterwegs. Es geht wieder bergauf. Aber es geht weiter. Damit es dann gleich wieder hinten runter gehen kann. Das ist eine Bergsteiger-Logik. Da oben scheint es weiter zu gehen. Aber die Treppen sind hier nach unten. Und dort hinten ist eine Brücke. Und als allerletzten Wegweide haben wir hier noch unseren Pfosten. Vollpfosten. Also hier geht es nirgendwo mehr lang, würde ich sagen. Also das wieder zurück. Und doch da auch ein bisschen lang. Okay, hier steht mal eine Ruine. Und was auch immer. Okay, da geht es wieder nass. Da geht es nirgendwo hin. Ah, hier. Alte Mühle war das. Da scheinen wohl auch mal ein Gebäude gestanden zu haben. Und wieder bergab. Für Agrotourismus. Information. Telefon. Ich denke, wir haben es jetzt dann bald geschafft. Oh, jetzt sind da hinten Häuser. Ich denke mal, wir haben es jetzt geschafft. Nach Wilhelmahama, Wilhelmahoma. Irgendwas. Ich超ender bläb. Das ist jetzt. Da ist jetzt mal. Ich bin, hier. Vielen Dank. Ich bin, hier ist es jetzt. Ich bin, hier ist es jetzt. Ich bin, hier bin ich. Wenn ich bin, hier bin, hier bin. Jetzt sind jetzt. Ich bin, hier bin ich. Oder ist es. Na ja, trotz dass wir so nah am Ort sind, ist es hier immer noch richtig schön zu wünschen. Das ist echt warte. Ich sehe dich nicht ducken, was da noch so eine Vorbildgröße geht. Hier hat der Weg drauf. Zack, jetzt gehen wir noch hier hoch. Das soll noch laut dem Schild noch 350 Meter sein. Das schaffen wir. Na, hey. Die Spanier haben es einfach nicht mit den Entfernungen. Bis zum Fluss soll es jetzt 450 sein. Und obwohl es bis 350 zu dieser Quelle gehen sollte. Die haben auf alle Fälle wieder Markierungen. Das sind wir glaube ich nicht falsch. Aber es sind schon locker 500 Meter, was wir hier gegangen sind. Bis zu dem Pfad, wo wir eigentlich hergekommen sind, sind es von hier jetzt 750 Meter. Also schon mal eine ganz andere Hausnummer wie 350. Aber irgendwie eine Quelle. Ah, da oben sind Leute. Vielleicht gibt es hier doch eine Quelle. Okay. Okay. Hier ist die hier eigentlich fast die Quelle. Weg da. Hammer. Und da hinten sind die Fisch. Genau. Hier. Aha. 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 Das ist eine schön eingefasste Quelle. Da oben ist anscheinend auch noch Wasser. Ach du Scheiße. Aber krass, hey. Wie hier überall strömendes Wasser runterläuft. Ja, ja. Schön eingefasste Quelle ist anscheinend da oben. Scheiße. Das muss jetzt sein hier. Kommt's aus dem Berg. Aber schon richtig viel Wasser, ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Kleins. Eine Grotte. Boah, jetzt sind wir wieder zurück an unserem Auto. Der Rückweg war ja der gleiche wie der Hinweg, deswegen habe ich den nicht mehr gefilmt. Und, ja. Ich habe gerade T-Shirts und so weiter, das ist ganz schön nass. Muss alles mal ein bisschen trocknen. Wir gönnen uns jetzt hier noch einen Cruisinger. Zur Feier des Tages, weil wir es geschafft haben. Und dann geht's auf nach El Chorro. El Mirador. Hier nochmal kurz zurück von der kleinen Busbar, wo hier auch mal ein Bierchen steht. Ein bisschen Fingerfood. Gut. Wir haben jetzt 15.07 Uhr. Das heißt, wir haben vier Stunden gebraucht jetzt eigentlich hin und zurück. Plus die Quelle. Die ist ja eigentlich nicht im Weg mit drin gerechnet. Ja, ging. War schon ein bisschen anstrengend, aber war okay. Ja, jetzt wollte ich eigentlich nur schnell die Bierbar zeigen hier, die Busbar. mit den netten Bar-Damen hier drinnen, die mal raus winkt. Ja, jetzt sieht man sie auch. Ja. 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 Ja, guten Abend. Von Miradou habt ihr jetzt leider nichts gesehen, weil wir da echt nur essen waren mit Madri und seiner Freundin. Und jetzt haben wir uns ein nettes Plätzchen hier am See, da wollte ich schon immer mal schlafen. Und ich muss euch sagen, der Sternenhimmel ist gigantisch. Das kann ich euch jetzt leider, das seht ihr eh nicht. Da hinten ist der See, das seht ihr ja morgen früh. Also wir sind ziemlich nah dran. Im Dunkeln ist es halt immer schwer zu finden, wo die richtige Abfahrt ist, deswegen haben wir uns jetzt einfach mal hier hingestellt. Dass es am Abend noch ausklingt, beim Bierchen kühl ist es, aber echt bergreich. Danke. Danke. Vielen Dank.